Aus dem Bundestag, 30. Mai, erste Sitzungswoche und bei mir ist Dr. Philipp Lengsweck von der CDU-Fraktion. Wir haben eben gesprochen über Sicherheit, großes Thema in Berlin. Wie positioniert sich denn die Bundesunion, also zum Beispiel die CDU-Fraktion und ihre Gesamtpartei in diesem Punkt? Das ist auf Bundesebene natürlich auch ein großes Thema und der Bundesinnenminister und auch unsere AG-Fachabgeordneten, für die ist es ein sehr, sehr großes Thema. Und da sind wir im permanenten Diskurs mit unserem Koalitionspartner und der Opposition. Alle stehen links von uns und wir müssen immer wieder drängeln und müssen wir da nachstellen. Ich bin jetzt nicht der zuständige Fachabgeordnete, aber ich weiß, dass bei jeder Thematik sind wir eigentlich immer die Drängelnden und die anderen eigentlich in der Regel die Bremser. Und Sie drängeln ganz massiv. Es ist ein Kernthema für unsere Partei und ich habe auch das starke Gefühl, dass es leider, muss man ein Stück weit sagen, jetzt auch ein Kernthema für die Bevölkerung wird. Also wir haben, nehmen wir doch mal den Karneval der Kulturen. Ich meine, es ist ja glücklicherweise von einer Dimension jetzt glaube ich nicht so groß gewesen, aber das sind natürlich Sachen, die wir nicht haben wollen, die wir nicht haben dürfen. Ich bin dann ein Stück weit selber betroffen gewesen. Meine eigene Tochter ist zum Karneval der Kulturen gegangen und dann gucke ich auf Twitter, bin ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien und sehe da plötzlich, oh, Vorfälle beim Karneval. Also Sie können sich ja vorstellen, wie meine panische SMS dann an meine Tochter rausgegangen ist. Das war dann alles, glaube ich, keine große Sache. Sie hatte das auch mitbekommen, aber da fühlt man sich nicht gut. Und das gleiche Thema ist Wohnungseinbrüche. Das ist in Moabit, wo ich wohne, das ist ein Riesenthema, aber nicht nur in Moabit, in Welling, in Tiergarten, überall. Aber darüber diskutieren wir jetzt schon jahrelang. Und was soll, kann, nein, was kann die Politik überhaupt machen? Was sie tun sollen, wissen wir alle, aber was kann sie überhaupt tun? Ja gut, also die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die großen politischen Linien, da kommen wir ja auch ein bisschen zu einer Bundesdiskussion. Thema Grenzsicherung, Thema Grenzkontrollen, da gibt es ja schon unterschiedliche Ansätze. Da gibt es ja schon so die Fraktion, die sagt, ja, Grenzen kann man nicht sichern oder heutzutage sind bestimmte Dinge so, da kann man eben nichts machen. Und da sage ich schon, also zu denen gehöre ich jetzt nicht. Man kann immer was machen. Da, man muss genau hingucken. Und wenn wir jetzt eben einen massiven Missbrauch des Asyls von georgischen kriminellen Banden haben, die organisierten... Ist das so? Also, das liest man in der Zeitung und das scheint ein echtes Thema zu sein, dann müssen wir uns um solche Fragen kümmern, da dürfen wir nicht weggucken. Und das ist die Diskussion, die wir auf Bundesebene führen. Und wir können nicht alles machen. Das ist überhaupt vollkommen klar. Es gibt keine absolute Sicherheit. Es gibt auch eine Eigenverantwortung. Alle diese Dinge sind unbestritten. Aber man kann natürlich schon an den Rahmenbedingungen... Da gibt es schon deutliche Unterschiede in der Ausgestaltung. Und da stehe ich jetzt auch zum Beispiel, so ist auch diese Berliner Erklärung zu verstehen, die ich da mit unterschrieben habe. Da stehe ich und andere schon eher für einen strikteren Ansatz, der sagt, also Sicherheit in unserem Land ist schon ein Thema, was wir sehr ernst nehmen müssen. Plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Erfahren Sie denn eigentlich aus dem Innenministerium und über den Innenausschuss mehr als der normale Bürger, wie die tatsächliche Lage ist, bei Einbrüchen zum Beispiel? Sie sagen georgische Banden. Früher hieß es rumänische Banden. Jetzt sind es georgische Banden. Also, wie gesagt, ich muss das nochmal wiederholen. Ich bin jetzt nicht in dem zuständigen Fachausschuss. Insofern bekomme ich dann die Sachen mit, die der Innenminister in der Fraktion sagt. Und viele Informationen sind aber auch die Sachen, die man auch in der Zeitung lesen kann. Natürlich kriegt man immer im Parlament ein Stück weit mehr mit. Andererseits sind unsere Abläufe auch relativ formalisiert. Also insofern ist man mit einem guten Zeitungsstudium. Viele Sachen werden ja auch durchgestochen manchmal. Durchgestochen heißt, sie werden den Journalisten gegeben. Nennt man durchstechen. Also ich sage mal, mein Eindruck ist schon, dass man diese Dinge durchaus auch wahrnehmen kann. Man muss aber natürlich auch danach gucken. Ja, man muss auch immer abwägen, was bedeutet persönliche Freiheit für mich und Schutz meines Eigentums. Absolut. Das ist immer eine Abwägung natürlich. Kommen wir mal zu Berlin. In diesem Wahlkreis und in ganz Berlin wird am 18. September gewählt. CDU, Ihre Partei liegt bei einem Umfang ziemlich schlecht. Bei 20 Prozent. Also es ist eine Herausforderung, ist überhaupt keine Frage. Aber es sind auch erhebliche Risiken drin. Aber ich sage mal, es ist alles möglich. Wenn Sie genau hingucken, dann liegen praktisch alle Parteien um die 20, 22, 23 Prozent. Also auch unser Partner, die SPD, ist ja in absoluter Schlagdistanz. Die anderen Parteien umgekehrt sitzen uns aber auch ein Stück weit im Nacken. Es gibt auch eine ziemliche Varianz in den Umfragen. Die AfD-Zahlen zum Beispiel variieren sehr stark. Ich schlussfolgere daraus, dass das alles möglich ist und dass es letztendlich darauf ankommt, was jetzt in den vier Monaten, was insbesondere dann auch in der Zeit nach den Ferien passiert. Und ich sehe das als Auftrag, als Herausforderung, aber als Chance auch für die CDU Berlin, für Frank Henkel, dass wir ein Angebot an die Stadt machen, was am Ende die Wählerinnen und Wähler so weit überzeugt, dass wir so stark werden, dass das an uns nicht vorbeiregiert werden kann. Und das halte ich für die absolut richtige Linie. Alles ist offen, haben Sie gesagt. Auch CDU Grün? Ja, ich würde da nicht rumspekulieren. Wir schließen diese Sachen sicherlich nicht aus. Wäre ja auch verrückt, wenn wir in Baden-Württemberg, was ja nun wirklich eine historische Wasserscheide war, zum Wohle des Landes, gemäß des Ergebnisses, was wir nun garantiert so nicht replizieren wollen, sogar als Juniorpartner eingestiegen sind. Und die Grünen haben eine ziemlich große Herausforderung. Denn wenn ich mir jetzt mal wieder, ich will jetzt nicht wieder das Thema Sicherheit hochziehen, aber das ist ja doch eine ganz interessante Geschichte. Wir haben eine Attacke gehabt hier in Mitte, eine linksradikale Attacke auf Neubauten. Und da fangen plötzlich die Grünen an zu kritisieren, dass die Polizeipräsenz zu niedrig ist und der Fahndungsdruck zu niedrig. Das ist ja unsere Botschaft. Wir hatten ja immer die Probleme, gerade wenn man mit linken Kräften in der Stadt zu tun hat. Wenn ich mir die Grünen Kreuzberg angucke, also das ist schon noch ein ziemlich weiter Weg. Andererseits, wenn sie den Weg so gehen und wenn dann die Ramona Popp da ihre Leute dann auch auf diesen Weg mitnimmt, dann werden wir da sicherlich keine Denkverbote aufstellen. Am Ende liegt es aber in der Hand der Wählerinnen und Wähler. Und wir müssen zunächst erstmal unsere Themen und unser Personal, Frank Henkel, unser Innensenator, Bürgermeister, ein Ost- und Westberliner. Das ist ein Angebot, was in der Form... Wie erklären Sie sich denn, dass die CDU überhaupt so schwach geworden ist? Ja, wir sind... Es ist eine sehr vielfältige Stadt. Wir nehmen ein Stück weit eine Entwicklung voraus, die sich ja in der Form eigentlich auch bundesweit fast etabliert. Gucken Sie... Ja, europaweit sowieso. Alle im Abschluss. Berlin ist einfach schon ein Stück weiter. Und ja, Sie kennen unsere Geschichte. Wir waren zwischenzeitlich sehr dominant 1999 und hatten dann durch den Wechsel zu erst Rot-Rot-Grün und dann Rot-Rot und die ganzen Diskussionen rund um Bankenskandal und so weiter und so fort halt diesen massiven Knick. Seitdem bewegen wir uns ja in diesem Bereich. Da sind wir ja auch stabil. Das ist natürlich nicht eine Zielgröße, die man sich als Volkspartei nimmt. Aber ich sage mal, wenn wir die 24 Prozent in dieser Wahl schaffen, wir müssen auch ein Stück weit realistisch sein, dann haben wir fast einen Erdrutsch. Ich will nicht mit Ihnen wetten. 24 Prozent ist eine Zahl, die da ist. Wir sind gleich am Ende. Frage, wir haben wieder in den letzten zwei Wochen Flüchtlingszahlen, wenn man die hochrechnet, kommen wir wieder auf eine Million. Das heißt, was würde denn passieren, wenn wir im Juli, August direkt zwei, drei Wochen vor der Wahl wieder hier Massen von Flüchtlingen haben? Und die gleiche Diskussion wie vor einem Jahr geht wieder los. Massen von Migranten muss man jetzt an der Stelle ja noch mal hart sagen. Flüchtling ist man ja erst dann, wenn man einen anerkannten Status hat. Wir hatten bis dato immer eine Quote von 50 Prozent. 50 Prozent erhalten diesen Status nicht. Deshalb müssen wir uns jetzt endlich mal disziplinieren. Das ist gar kein Vorwurf. Das steht ja auch in jeder Zeitung, überall. Aber wir reden von Migrationsströmen und die CDU Berlin hat ja eine ganz klare Haltung gehabt. Wir waren ja der Vorreiter der Diskussion, die hieß, natürlich müssen die Zahlen runter. Das war ja letztendlich auch Konsens. Aber wir waren die Ersten, die das in der Neuruppina-Erklärung wirklich auch deutlich niedergeschrieben haben. Ich sage mal persönlich, die Balkanroute muss zu bleiben. Jetzt kommt die Route über Italien. Auch das ist kein regulärer Weg der Migration, sondern das sind alles illegale, gefährliche Dinge. Absolut. Und wir müssen eine ehrliche Debatte darüber führen, wie viele Leute wir in Berlin aufnehmen können. Denn was wir ja auch nicht wollen, ist, dass in den Heimen dann die Leute da in unwürdigen Zuständen eingefärscht sind. Wir da auch Thema Belästigung, Thema Gewalt, Thema Christenverfolgung. Das sind ja keine guten Entwicklungen. Nebenbei, dass wir die Turnhallen natürlich für unseren Schulsport und für unsere Vereine brauchen. Insofern, wenn es denn jetzt tatsächlich wieder zu einem starken Anstieg käme, dann hätten wir harte Diskussionen. Aber ich würde sagen, die CDU Berlin hat da eigentlich sehr klare Antworten schon letztes Jahr formuliert. Und wir sind da eigentlich gut darauf vorbereitet. Dann hoffen wir mal, dass die Antworten weiterhin stichhaltig bleiben und dass alles gut geht und die CDU dann bei 24 Prozent plus liegt. Aber bis dahin treffen wir uns noch ein paar Mal. Herzlichen Dank, Dr. Philipp Lengsfeld, Abgeordneter CDU, Wahlkreis Mitte. Sehen Sie sich hier hinter uns. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder, wie immer, aus dem Bundestag, 20.15 Uhr auf TV Berlin. Bis dahin, danke und tschüss. Bis dahin, danke und tschüss.